Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Laura Müller und Michael Wendler und neue Postings, die Fragen aufwerfen. Ihr seht es ja schon am Titel, am Thumbnail, um was es ungefähr geht. Falls ihr es gar nicht mitbekommen habt, wäre es natürlich hier akkli an. Ja, wow, was erwartet uns jetzt hier? Ich bin mir selbst nicht so sicher, kommt der nächste Heimatfilm von Laura Müller mit Männern? Ja, und treibt sie es jetzt wild oder wird sie eher einen Song raushauen? Oder in einem Song zu sehen sein als Girl, was sich sexy regelt. Man wird es sehen, auf jeden Fall bewirbt sie fleißig ihr UF. Sie möchte noch mehr Kohle mit ihrem UF verdienen und Michael Wendler postet das auch in seiner Telegram-Gruppe. Ja, die gibt es noch und wenn ihr mehr zu Michael Wendler sehen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Schaut in meine Playlist und sagt auch gerne mal Telegram, wenn ich auch nochmal ein bisschen gucken soll, ob es da vielleicht nochmal so ein paar Voice-Nachrichten und Co. gab. Ich habe das jetzt die letzten Monate so ein bisschen pausiert. Aber war ja der Ursprung von diesem Kanal hier unter täglichen Dosis Trash, dass ich wirklich regelmäßig über Michael Wendler und auch die Telegram-Gruppe berichtet habe. Denn das ist durchaus schon krass gewesen, was da abging. Also das hier auch alles aufgearbeitet hat. Das Internet vergisst nicht, lieber Michi. Und ja, hier hat Realtrash-TV-Talk, Grüße gehen raus, ist unten für euch auch verlinkt, Folgendes gepostet. Und ja, Michael Wendler ist anscheinend vollkommen begeistert. Man muss aber auch sagen, dass seine 60.000 Abonnenten auf seinem Telegram-Kanal früher mal 160.000 waren, glaube ich. Zum Peak fast 200.000 waren das, glaube ich. Also sind wirklich sehr viele jetzt auch da abgehauen. Und er ist nicht mehr so gefragt, aber hat Folgendes gepostet. Sensation bei OnlyFans, dieses Angebot konnte Laura Müller nicht ausschlagen. Also die sprechen auch immer von sich in der dritten Person, beziehungsweise posten das so, als wären die das gar nicht mehr selbst und hätten da unten jemand angestellt. Darauf haben Laura-Fans schon lange gewartet. Exklusiv auf die Wendlers bei OnlyFans bekommst du alle Informationen rund um Lauras Mega-Angebot für eine heiße Videoclip-Produktion. Und Laura hat sich endlich getraut und gleich zwei heißen Typen gedreht. Und ja, das könnte man jetzt auch vielseitig deuten. Da das jetzt bei die Wendlers veröffentlicht wird, würde das mit Michael Wendler zu tun haben. Wenn Laura Müller sich selbst Nachricht zeigt und das jetzt bei zwei Männern treiben würde, dann würde sie es nur bei ihrem F bewerben. Und dann wäre die Beziehung mit Michael Wendler auch passé. Denn er ist ein Mann, der, glaube ich, keine anderen Männer akzeptieren würde, was auch vollkommen verständlich ist. Das würde ich auch nicht machen. Das machen meines Erachtens nur sehr fragwürdige Menschen, dass die das akzeptieren. Aber wie gesagt, macht alle, was ihr wollt. Ich will sowas aber nicht. Also I und jemand anders dann auch zugange ist mit meiner Frau. Schönen Dank auch. Ich habe mich getraut. Mein erster Clip kommt. Ad. Jetzt darf es euch endlich verraten auf Only-Exklusiv-Details. Also sie hauen jetzt hier das Ganze auf Only-Fans raus. Und ich vermute, das wird der neue Videoclip von Michael Wendler sein, wo Laura Müller sich mal wieder regelt und mit zwei Models zeigt. Und Promo kann Michael Wendler, Promo kann auch Laura Müller. Aber ich muss sagen, er macht das schon sehr, sehr clever. Was deutet alles darauf hin? Er macht Werbung. Es ist bei die Wendlers, wird es hochgeladen. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich will jetzt nicht sagen, ich esse jetzt einen Besen, wenn das jetzt passiert. Weil wie gesagt, Laura Müller und Michael Wendler ist theoretisch alles zuzutrauen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dort mehr passiert, als dort zu sehen ist. Da regeln sich zwei Männer. Laura liegt im Bett. Es wird professionell von oben gefilmt. Also es ist jetzt auch keine, ja, sieht nach einem Musikclip aus und keinem Heimatfilm. Und ich denke auch nicht, dass Michael Wendler dem zustimmen würde, wenn sie jetzt Bock hätte, da mit zwei Typen einen Film zu drehen auf OF für viel Geld. Ihr wurde ja schon mal eine Million auch geboten. Also sie meinte ja, da müsste noch mehr geboten werden, dann würde sie es machen. Aber ich glaube dann auch nur mit Michi. Also wenn denen, glaube ich, so fünf oder zehn Millionen geboten werden würden für so ein Filmchen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die das doch auch nochmal machen. Also das Geld ist knapp anscheinend, zumindest bei Michi, denn der macht ja selbst auf Kosten seiner Frau sehr grenzwertige Werbung. Er war jetzt auch schon bei Twitter in den Trends. Also es funktioniert, er ist ein Marketinggenie, das muss man wirklich sagen. Er weiß, wie er im Gespräch bleibt. Er weiß, wie er auch immer wieder Dinge für seine Promozwecke ausnutzt. Ich frage euch, was ist eigentlich aus dem Hund geworden? Kann sich noch jemand an den Hund erinnern? Die hatten nochmal so ein kleines schwarzes Hündchen. Und das war ja dann komischerweise auch kein großartiges Thema mehr. Dann kam das Kind, das Kind wurde auch sehr ausgeschlachtet. Dann sollte es ja eigentlich auch diese Show geben bei RTL 2. Dann kam es nicht dazu, aufgrund dessen, weil am Ende die Geißens sich dafür ganz ins Zeug gelegt haben, dass sie mit so einem nicht auf dem gleichen Kanal laufen wollen. Und wir haben es den Geißens zu verdanken. Die Wollnis waren erschreckend still, die haben nichts dazu gesagt. Die Geißens haben es geschafft, dass dann die von RTL 2 gesagt haben, okay, der Shitstorm plus, dass die Geißens dann gehen, das können wir uns nicht erlauben, weil die Geißens ja mit so der Quotenbringer für RTL 2 sind. Und von daher Hut ab nochmal an die Geißens. Das kann man nicht oft genug loben. Auch wenn man die vielleicht auch kritisch empfindet, muss ich sagen, haben die da Charakter gezeigt, was viele nicht getan haben. Die Wollnis, die da die Klappe gehalten haben. Die auch nach dem Skandal übrigens ohne Probleme bei RTL 2 weiterlaufen. Also so viel dazu. Am Ende zählt nur die Quote. Und wenn jemand beliebt ist, darf man ja sowieso alles machen. Das kennen wir ja auch schon von YouTube. Das ist ja auch von gewissen Leuten. Dann durchaus alles erlaubt. Aber nun gut. Als Fazit des Ganzen möchte ich nochmal ein, zwei Sätze sagen. Also, Laura Müller und Michael Wendler haben einen kleinen Sohn. Der wird ja auch schon aus Promozwecken immer mal wieder zum Thema gemacht. Zumindest im Podcast. Sie zeigen das Kind aber immerhin nicht. Da sind sie dann schon so, dass man sagt, okay, die zeigen ihn jetzt nicht. Die, ja, noch nicht, haben noch kein Instagram für ihn gemacht, wie eine Anne Wünsche. Also das ist schon mal ein positiver Punkt. Einen positiven Punkt möchte ich jetzt auch mal im Video mit unterbringen. Aber der Rest ist natürlich schon ziemlich heftig. Ja, sie ist sich für nichts mehr zu schade bei UF. Mal sehen, welche Grenzen dort noch überschritten werden. Ja, möchte sie da vielleicht wirklich nochmal weitergehen. Also sie hat ja durchaus schon intimere Videos und Co. geteilt. Aber nicht in die Hardcore-Produktion. Ja, das würde ich sagen, da, soweit geht es doch nicht. Sie ist quasi so ein Mittelding aus Anne Wünsche, die andeutet und, ja, auch gewisse Grenzen vielleicht schon anteasert. Und einer Vanessa Mariposa, wie ich jetzt durch meine Recherche feststellen konnte, die komplett durchzieht. Ja, vorher ich das jetzt weiß, das wurde mir alles zugeschickt. Ja, nur so viel dazu. Aber ja, sieht ja auch hier und da ganz nett aus. Sollen sie alle machen. Mir geht es am Arsch dabei. Aber man sieht, wie weit mittlerweile die Damen gehen für ein paar Euro. Und ja, für den Lifestyle, damit sie dann nicht mehr in Zukunft arbeiten müssen, ziehen sie sich dann aus und gehen auf UF. Und dann wird so der Dubai-Aufenthalt oder die nächste Rolex finanziert. Und ich finde es irgendwie ein bisschen schade. Wo sind die Frauen geblieben, die als Rechtsanwältin durchstarten und Karriere machen, die es durchaus gibt? Warum kriegen die nicht diese Bühne? Schade, viel zu selten. Ja, ich finde solche Leute, solche Damen, das wäre doch mal schön, wenn die auch mal die Bühne bekommen würden, wie eine andere Wünsche. Aber gut, anscheinend ist das so, wie es ist. Ja, gut. Das soll es dann für heute hier gewesen sein. Mein Gesabbel. Und ihr könnt gerne ein kostenloses Abo da lassen. Und dann werde ich natürlich an den Themen auch dranbleiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.